Hallo, hier sind wir wieder am Holzsee. Wir haben wieder zugeschlagen, diesmal ein schöner Aal wieder hier, gerade gefangen, die Pose zog richtig ab, aber leicht gehakt vorne, wie ich gerade sehe, wieder 6 Meter rausgeschmissen. Gestern hatten wir erst den anderen, den 81er, der hier hat vielleicht 70, 70 hat der, und diesmal nicht so tief geschluckt, wie man hier sieht, aber ein schöner. Wir hatten hier eigentlich noch nie einen schlechten. So, Andreas, mach mal schnell den Haken ab, dann bring ich es hier wieder aus, weil, wie gesagt, die Aale ziehen ja in Trupps. Jetzt beißt der schon wieder hier, dieser Homo. Ja, diesmal bin ich vorbereitet. So, komm, das Tier muss nicht leiden, mach den Haken raus und dann geht es weiter. Aber, wie gesagt, das hier ist ein schöner See, wir sind hier eigentlich noch nie ohne Fang weggegangen. Ja. Okay, wir melden uns dann wieder, wenn wir noch einen haben. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Eure Profi Angler aus Holze.